ja damit willkommen zum nächsten letztes hier bei uns wir spielen paddel das spiel habe ich schon einiges länger habe es aber noch nicht wirklich so richtig gespielt habe ich gedacht ist doch eigentlich perfekt für so ein letztes name des spielers eingeben sehr complex also das dächtle da gemacht weil das meine aufnahmetaste ist und ich sage schwierigkeit noch mal was gibt es noch extrem normal diesen modus ist für waschlappen diese schwierigkeit level ist zu niedrig dass meine oma alle goldmedaillen abgreift du hältst aber kein zugriff auf die besten liste und die medaillen sind aus schokolade aber du kannst häufiger jammern und überspringen als also kannst du dich mit dem vergnügen was du am besten kannst jammern ich glaube das ist gut die schwierigkeit hier dann würde ich einfach mal sagen naja bestätigen wir ich weiß es nicht wirklich wie das spiel wieder geht option und die einstellungen audio ok habe ich schon runter gedreht spieler 1 kaffee pause als wir das spiel nicht kennt paddel ist besonders erklären schalten spiel in dem wasser spielt so lege die tasse um den kaffee freizugeben wie ging das nun mal okay ja genau so wie es also wissen was wir sind jetzt kaffee wundervoll schön die uhr exe jetzt bin ich wasser glückwunsch was goldmedaille so nächstes level flüssigkeit wasser verdunstet bei kontakt mit feuer um was tipp wasser verdunstet verdunstet nicht wenn du dich schnell an hitzequellen vorbei bewegst aha ok gut zu wissen was soll ich mache es ja mit dem pfeiltasten so zu müssen wir hier oben an den knopf oder was so ich bin aber noch genug wasser und go Oh, oh, oh. Okay, was passiert jetzt? Fakt ist Wasser dahin, da ist Wasser dahin. So, so. Okay. Was? Die Pfeile sagen mir, ich muss da hoch. Jo, und go. Pass! Wunderbar, ja, 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 jawoll. Ja, komm rein, komm rein, nein, 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 nicht zumachen. W-w-w-warum? Oh Gott. Ah, Exit, okay. Okay. Uh, Gold. Okay. Zeit, Minus, P. Minus, P. Mal 0,5. Was? Okay, verstehe ich nicht. Tippflüssigkeit verdunstet. Aktiviere die Schalter, um voranzukommen. Ah, okay. Oh Gott. Ah, okay. Ich habe das ganze Wasser da mal wieder kommen. Ähm. wo ist denn hin? ich glaube ja da hin wow ok 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 also ich glaube ihr versteht das so langsam das Spiel wir müssen einfach hier genügend Wasser bis zum Ende bringen eigentlich voll lustig das Spiel kann man nicht sagen so neuer Rekord nächstes Level wir gehen hier ratzefatze durch und wie gesagt das Spiel habe ich zwar schon länger aber ich habe das ich glaube nur ein einziges Mal gespielt so tipp vermeide Verbrennungen in dem du dich langsam fortbewegst liest die Wandschilder um Hilfe zu erhalten aha so ok ich soll mich jetzt langsam fortbewegen und warum und warum wir machen doch wie gesagt man soll schnell vorbei ok ok für den Typ habe ich aber jetzt nicht ganz so ganz nicht so ganz verstanden weil eigentlich vorhin hat es doch geheißen dass wir da eher schnell machen sollen ok ok ja ok ich finde es geräusch also cool ich werde erstmal das sammeln wieder was wir noch haben total logisch, das alles war so nicht ok, das ist zu Ende, wunderbar, jawoll oh oh, ich bin gerade noch so über Gold, äh über Silber ok, aber schneller kann man das eigentlich nicht machen verliert auf dem Hang nicht die Kontrolle Tipp, was? verlier auf dem Hang nicht die Kontrolle ok, cooler Tipp hier sind jetzt mal Prenner oh Gott was? oh, da habe ich noch genug gehabt, ok, gut alter puh so da gibt es keinen Tipp, nicht schlecht wie? was ist das für ein Timer da unten? ok, der 5 Minuten ok jetzt den dann noch wahrscheinlich in der Hölle was? jetzt muss ich da rein? was? hä? wie? ok, verstehe ich nicht ganz, wie das jetzt wir müssen uns verbrennen, sozusagen das ist jetzt zu viel, oder? so ok, 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 das schaffen wir jetzt schaffen wir jetzt schaffen wir jetzt schaffen wir den haben wir aktiviert, jetzt gehen wir noch wo wo das verstehe ich nicht das das ist der da der hier Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah, ich habe das nicht gewonnen. Aber jetzt nicht so ganz verstanden. Egal. Was ist das? Was? Flüssigkeit Unkrautvernichter. Explodiert. Was? Soll ich nicht lesen können? Explodiert, wenn er aus dem Gerüst fällt. Aha. Löse langsam den Feueralarm aus. Die Anzeige in der Mitte zeigt seinen Fortschritt. Okay. Du hast verloren. Du hast verloren. Okay. Ich werde neu spielen. Ach so, ich muss die Feuermelder... Aktivieren das, ne? Ach, ich blick's gar nicht mit den Tasten. So. Nein! Das ist dein Ernst. Ah, ne! Oh, Leute. Glückwunsch. Okay, Gott sei Dank. Oh Gott. Flüssigkeit Unkrautvernichter löst bei dem Kontakt mit Sonnentau auf. Ach so. Vermeide längere Kontakte mit Sonnentau. Okay. Wie geht die Zweige bevor du weiter gehst? What? Waaat? 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 Oh Gott. Die darf nicht in Verbindung kommen mit dem Ding da. Nioh. Nioh. Und jetzt? Ah ja, klar. Es fliegt sich der Asch. Ja, 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 ja. Oh. Exit! Exit! Gluck, 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 gluck. Okay, wir sind natürlich wieder was anderes. Würde ich sagen, machen wir noch zwei Level. Und dann würde ich sagen, was ist auch für dieses Letztest, denn es ist ja eigentlich immer das Gleiche. Klar, es geht immer weiter. Aber, wie gesagt, beim ersten... Beim ersten letztes habe ich ja gesagt, falls ihr davon ein Let's Play sehen wollt, dann schreibt es unten in die Kommentare rein. Wo würde ich denn die Blätter wegmachen? Ja, na, ist egal. So. 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 Okay, was war das? Oh, ich bin nur noch so wenig. Halt. Oh, ich bin nur noch so wenig. Oh, ich bin nur noch so wenig. Komm, der Wund. Komm, der Wund. Komm, der Wund. Oh. Ups. Was ist es? Ja, Mann. als bin ich ein zweiter muss das wohl natürlich nicht ich wusste nicht was hier muss ich habe mich aufgefressen oh gott oh gott oh gott ja klar schickt mich da voll ganz rein mit dem bisschen muss ich noch überleben okay einmal versuche ich noch das ist ja gar nicht mal so einfach ach so die pflanze trägt mich mit hallo 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 ich brauchte es doch das ist ein stück hinterlassen oh was heißt das exit hola hola hat ab der würde ich mal sagen genug gesehen ja von dem spiel spielt sozusagen die flüssigkeit müsste es ins ziel bringen ich finde es recht gut gemacht eigentlich kann man nichts dagegen sagen macht auf jeden fall spaß und dann würde ich mal sagen sehen wir uns das nächste mal beim nächsten let's test und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen tag ja und bis zum nächsten mal tschüss